Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video Frontotemporale Demenz. Die Frontotemporale Demenz ist eigentlich keine einzelne Krankheit, sondern es ist eine Krankheitsgruppe. Da sind relativ viele Krankheiten subsummiert, deswegen sagt man dazu auch Frontotemporale Loubert Degeneration. Zunächst hat man eine Atrophie, also eine Verminderung von Hirngewebe, Frontotemporal meistens. Und dann ist die Frage, was steht im Vordergrund? Sind es eher sprachliche Veränderungen oder Veränderungen von Verhalten und Persönlichkeit? Und dann kann man die Erkrankung grob unterteilen. Und mir geht es heute um die Verhaltensvariante, die behaviorale Variante der Frontotemporalen Demenz. Das ist eine seltene Erkrankung, die macht, was alle Demenzen betrifft, so 5 bis 10 Prozent aus. Ist tatsächlich relativ selten. Tritt so zwischen 50 und 65 Jahre in den meisten Fällen auf, kann aber auch mal später auftreten. Ist eine häufige frühe Demenzform. Sie ist zunächst schwierig zu erkennen, weil das, was man typischerweise kennt von der Demenz, also Orientierungsstörungen, Gedächtnisstörungen, was man sich so vorstellt unter der Demenz, klassischer Alzheimer, das findet man da nicht. Im Vordergrund stehen eben Veränderungen von Persönlichkeit und Verhalten und das ist am Anfang sehr diskret. Und es wirkt zunächst auch so, als würden die Patienten extra Sachen machen und mit Fleiß. Und das ist mitnichten der Fall, aber das führt dann oft zu vielen Konflikten und vor allen Dingen auch zu Fehldiagnosen. Ich erinnere mich an einen Patient, der war wohl in der Jugend, hatte mal ein Alkoholproblem, hat dann sein Leben lang nicht mehr getrunken. Und der kam dann in die Klinik wegen der Alkoholabhängigkeit. Und was war passiert? Also die Angehörungen haben gesagt, irgendwie ist der komisch, der hat jetzt wieder angefangen zu trinken, der trinkt literweise Bier und hat sich dann an den Zaun zum Nachbarn gestellt und hat ein paar Tage so rübergeguckt und irgendwann hat er angefangen, die unflätig zu beschimpfen. Und auch im stationären Setting war der Mann irgendwie schwer einschätzbar, stand dann rum und hat plötzlich auf Pflegekräfte eingeschlagen. In einem anderen Fall ging es um eine Frau und da war es so, die hat angefangen, fremden Männern Avancen zu machen, also sie anzusprechen. Das Unglückliche daran war nur, dass sie gerade auf einem gemütlichen Abendessen mit ihrem Ehemann im Restaurant war. Das passte natürlich überhaupt nicht. Und der Patient, der mich persönlich am meisten beeindruckt hat, das war ein 50-jähriger Mann, der kam notfallmäßig aus einer Reha-Abteilung mit einer Manie. Und da muss man sagen, diese Fehldiagnose kann man stellen, wenn man sich mit dem Patienten also auch wirklich überhaupt nicht beschäftigt. Denn die Diagnose kam dadurch zustande, dass der Patient viel Geld ausgegeben hat. Und dann bin ich zu dem hin und habe mit dem geredet und habe gefragt, wofür er eigentlich das Geld ausgibt. Das Geld hat er ausgegeben für Essen. Der hat kiloweise Essen in sich reingestopft, hat die Therapien geschwänzt, um neues Essen zu kaufen. Er hat eine Hyperoralität bzw. eine Hyperphagie, hat alles in sich reingestopft. Das ist kein Zeichen einer Manie gewesen, sondern alle drei Patienten haben eine frontotemporale Demenz gehabt. Das kann man sich so erklären, das Frontalhirn ist dafür da, unsere Impulse zu steuern. Also wenn ich wütend bin, kann ich nicht auf einen einschlagen. Wenn ich Hunger habe, kann ich nicht endlos essen. Und was weiß ich, wenn ich schnell Auto fahren will, dann halte ich mich trotzdem an die Geschwindigkeitsbegrenzung, weil ich weiß, das geht nicht, kann ich in der Innenstadt 100 fahren, weil einfach das Risiko für Verkehrsanfälle so groß sind und es außerdem da Vorschriften gibt. Das wird durch das Frontalhirn gesteuert und das ist blöderweise bei dieser Art von Patienten gestört. Ja, was sind die typischen Symptome der frontotemporalen Demenz? Klassischerweise braucht man für die Diagnose drei von sechs Kriterien. Zum einen kommt es zu einer starken Enthemmung. Das ist das zum Beispiel bei dem einen Patient, der am Zaun gestanden war und dann angefangen hat, Leute anzuschreien oder raptusartig auf die Pflege einzuprügeln. Tatsächlich gibt es Patienten, die kilometerweit laufen können, aber häufig ist auch eine Apathie, also ein in sich gekehrt sein und gar nicht mehr hochkommen, ein Mangel an Beweglichkeit und eine Passivität. Also Patienten sind vollkommen eigenbrötlerisch in sich gekehrt. Oft sieht man auch einen Verlust an Empathie. Wenn man mit den Angehörigen spricht, dann sagen die, ja, der ist anders geworden. Ich kenne den gar nicht so, so ein liebevoller Mann. Inzwischen ist ihm alles egal, was er zu mir sagt, wie er mich verhält. Das ist geradezu lieblos und kaltherzig. Das ist tatsächlich auch ein typisches Symptom und das findet man beispielsweise bei der Alzheimer-Demenz nicht. Es gibt perseverierendes, zwanghaftes Verhalten. Damit ist so ein wiederholendes Verhalten gemeint. Zum Beispiel können sich die Patienten mit irgendwelchen Bewegungen stundenlang beschäftigen oder lösen stundenlang Sudokus. Es gibt eine Hyperoralität, das hatte ich bei dem einen Patienten beschrieben. Der war an sich schon ziemlich übergewichtig, hatte schon einen Schlaganfall gehabt und hat dann wirklich kiloweise Chips in sich reingestopft. Der lag in seinem Bett vollkommen beschmutzt mit diesen Essensresten. Das ganze Bett war voll mit den Chips-Tüten. Es war schrecklich. Das war ein total differenzierter, gebildeter Mann, der plötzlich diese Erkrankung entwickelt hat und natürlich auch massiv zugenommen hat. Das disexekutive neuropsychologische Profil, was hier steht, das verweist so ein bisschen auf die kognitive Testung, also auf die Demenztestung. Tatsächlich ist es so, wenn Sie so einen orientierenden Test machen, wie den Mini-Mental-Status-Test, den wir immer machen am Anfang, dann kann der komplett unauffällig sein. Denn der testet ja zunächst mal Gedächtnisstörungen, der richtet sich eher auf die Alzheimer-Demenz. Wenn Sie da eine differenzierte Testung machen, dann sehen Sie, dass diese Patienten Schwierigkeiten haben bei Aufgaben, die so eine Flexibilität erfolgen. Da gibt es zum Beispiel den Trail-Making-Test A und B. Beim Trail-Making-Test A verbinden Sie einfach Buchstaben A, B, C, D, E und so weiter zum Strich. Und beim Trail-Making-Test B wird das abgewechselt mit Zahlen. Da ist A1, B2 und so weiter. Und das schaffen die Patienten mit frontotemporaler Demenz schlecht. Denn da müssen Sie sozusagen Ihr Konzept umstellen. Sie müssen von dem A, B, C umstellen auf A1, B2 und so weiter. Und das gelingt oft schlecht. Weitere Test ist in der Frontal Assessment Battery. Da müssen die Patienten so ein Klopfmuster machen. Und dann sagt der Untersucher so, jetzt wird es umgestellt, jetzt machen wir ein anderes Klopfmuster. Und das gelingt diesen Patienten dann eben auch nicht. Bildgebung, klar, gehört natürlich dazu. Da sieht man so eine frontotemporale Atrophie im Verlauf. Etwas früher kann man das mit so nuklearmedizinischen Methoden machen, mit dem sogenannten PET. Da kann man Stoffwechselstörungen an der gleichen Stelle, also frontotemporal nachweisen, etwas früher. Aber das ist eine Diagnostik, die häufig nicht vorhanden ist. Also die Diagnose wird dann tatsächlich oft klinisch gestellt. Auch so eine Liquor-Punktion, also eine Nervenwasserentnahme, die zeigt dann halt erhöhtes Tauprotein. Das heißt, hier ist irgendwo ein Nervenschaden. Aber das ist natürlich total ungenau und ist für die Differenzialdiagnose jetzt wenig von Belang. Man kann mit der Liquor-Punktion in dem Fall höchstens sagen, es ist keine Alzheimer-Demenz, aber das ist ja zumindest in unseren Beispielen klinisch auch eher unwahrscheinlich. Die Diagnose hat für die Patienten sofort eine Konsequenz. Sie können kein Auto mehr fahren, denn diese Impulsivität ist tatsächlich gefährlich. Also ein Patient mit frontotemporaler Demenz fährt wirklich unter Umständen mit über 100 durch die Innenstadt, mit 140 über die Landstraße oder 200 und das dann auf der Gegenspur, weil er seine Impulse in keiner Weise kontrollieren kann. Das heißt, Autofahren ist vorbei. Wir brauchen auch sofort eine Betreuung für den Patienten. Medikamentös stehen wir leider noch schlechter da als bei der Alzheimer-Demenz. Antidementive wirken nicht. Wir können Antidepressiva geben, Serotonin wie der Aufnahme, so gegen Depressionen, Apathie und auch gegen impulsives Verhalten. Bei Aggressionen und Unruhe kann man Neuroleptika geben, aber all das wirkt relativ mäßig. Zusammenfassend zum Glück eine seltene Erkrankung, die dann aber eher früh beginnt, also eine häufige frühe Form der Demenz insgesamt aber selten, beginnt mit Persönlichkeitsstörungen. Sie wird oft übersehen, zunächst die Erkrankung. Es gibt viele Fehldiagnosen, da kommen die Patienten mit Alkoholabhängigkeit, Manie, Psychose oder was auch immer und im Verlauf stellt sich dann raus, dass hier eine Demenz dahintersteckt. Was ich persönlich schlimm finde im Vergleich zur Alzheimer-Demenz, die ja auch keine schöne Krankheit ist, ist, dass bei der Alzheimer-Demenz wenigstens noch ein bisschen Zeit ist. Die Leute verändern sich langsam, die Persönlichkeit bleibt lange erhalten. Bei der frontotemporalen Demenz ist sie das, was zuerst verändert ist. Und das finde ich manchmal so ein bisschen fatal, weil man irgendwie den Eindruck hat, die Patienten machen das extra, sind extra gemein und herzlos oder was heißt ich, übersexuell oder körperlich übergriffig, aber das stimmt nicht. Das ist ein Ausdruck einer schweren Gehirnerkrankung und das ist für die Angehörigen oft schwer zu verstehen und anzunehmen und oft auch sehr verletzend. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie wieder reinschauen und den Kanal abonnieren und natürlich auch über die Kommentare. Inzwischen kriege ich relativ viel Feedback, ich freue mich total darüber. Ich beantworte die Kommentare so schnell es geht und freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis dann. Ciao.